Hallo Leute, also heute werde ich, heute werde ich, ich werde ein Format machen, und zwar heute kommt Part 1 von Theorien von sehr vielen verschiedenen Kanälen auf YouTube. Nummer 1 kommt jetzt, das war das erste, also das erste Kanal, Secret for Studio, seht ihr hier nochmal, dort habe ich eine Theorie, das ist dann noch das Video der Movie, Leute, also, hier gibt es nicht, das und guck hier, hier steht auf deutsch das ist meine erste Theorie liest das jemand und so das könnte doch hier mit zusammenhängen hier ein bisschen zurück noch so kurz in deutsch machen im Untertitel also hier war meine Theorie guck Leute hier steht wenn sie diese Nachricht lesen können das könnt ihr damit zusammenhängen wahrscheinlich weiß ich nicht genau wann das so war war das erste Video mit dem das ist ja eigentlich das hier vor ein Jahr zwei Jahre davor hat er das gemacht dann kann er sich nicht mehr so gut erinnern das könnte damit zusammenhängen dass die da unten in den Berg los und die anderen mit Siren Poops da oben wenn ihr noch weitere noch weitere Mieten und Parts sehen wollt dass auf jeden Fall ein Like da abonniert gut wenn wir dieses Jahr noch 10 Likes schaffen das wäre wirklich sehr nett von euch die wird wirklich die allerbeste von weiteren Kanälen Theorien machen im nächsten kann ich euch nur sagen im nächsten Part Part 2 der kommt morgen geht es um Skippy die Toilette das kann ich euch schon mal sagen wenn ich nicht vergesse dann morgen viel Spaß mit Part 2 und Ciao